Grundsätzlich würde ich auch sagen, dass es, natürlich muss man nicht alles fertig lesen, bei solchen Sachen ist, glaube ich, der Punkt, den du kurz angesprochen hast, viel wichtiger, nämlich, man muss nicht, also erstens, man muss es nicht fertig lesen und zweitens ist dann der viel, viel wichtigere Schritt, dass man überlegt, wieso einen das gestört hat. Also da ist er dann, da holt man viel mehr raus für die eigene Entwicklung, als dass man sich durch so ein schwieriges Buch weiterkämpft, wo vielleicht noch irgendwelche Gems drin sind, aus denen man doch was lernen kann. Also da kann man definitiv viel mehr rausholen, wenn man nach diesen drei Kapiteln tatsächlich stoppt oder halt zurückgeht und sich überlegt, wieso stören mich denn welche Punkte genau bei diesen drei Kapiteln und dann kann ich mich auf das nächste Buch konzentrieren und muss nicht da nochmal weiter Zeit reinstecken. Vielen Dank. Vielen Dank.